Verehrter Mr. Corr, vor drei Tagen wurde mein Sohn von den Wölfen geholt. Niemand im Dorf wird sie jagen. Mein Mann kehrt bald aus dem Krieg heim. Ich muss etwas haben, das ich ihm zeigen kann. Also werden sie ihn töten. Den Wolf, der ihn geschnappt hat? Ich werde helfen, falls ich kann. Den Fall aufklären, falls ich kann. Es war nicht das erste Mal, dass die Wölfe kamen. Das halbe Dorf war tot. Die Hänge waren übersät mit Leichenteilen. Das sagen einem die Dorfbewohner. Dort sterben Menschen. Das war grauenvoll. Hilfe! Überlassen Sie uns dem Bösen. Sie haben einen Jungen gefunden? Ja. Lassen Sie tot auferstehen. Nein, Sir. Dann habe ich keine Fragen an Sie. Nie zuvor hatte ich so viel Angst. Der Fachbegriff dafür ist Infantizid. Wir reden hier nicht von Tieren, Mr. Kaur. Tja, wenn Sie das sagen. Was ist draußen hinter diesen Fenstern? Es kriecht in einen hinein. Finden Sie ihn. Töten 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 Sie ihn. Vielen Dank.